Herzlich Willkommen meine Freunde zu einer neuen Runde Michael TTT hier auf dem Eintritt letzter Bahn mit dem Mr. Langer 10 wie immer, ne? Ich hab's ganz, 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 ganz Speed-Drehen gemacht hab ich grad. Was? Das kann nicht jeder, das kann man nicht. Was denn? Speed-Drehen, ich hab's ganz schnell geredet, weißt du? Hallo, wie geht's? Ja, okay, das war jetzt, äh, fail. Ja, weiß ich. Ich bin Traitor, du auch. Ich auch! Und erster Inno-Tot. Okay, äh, ich geh mal, weil die hier oben sind, gar keine Traitor sind da. Ich hab'n Tauscher. Ich hol' mir Krügerpfeiler. So, wo bist du? Wo bist du? Dann... Hol' dich auch wirklich, aber du von meiner Tauscherpferle. Haar, reingepillt. Okay. Okay. Okay, der, der hat Hex. Lol, ich hab'n gekillt. Lol, der hat abgestaubt. Der hat einen abgestaubt. Aha, alles klar. Okay, ich guck' dir zu, Mr. Black in C. Ich guck' dir mal zu. Wo bist du denn? Ich hab' glaub' ich hab' zwei gekillt, glaub' ich, ja. Ich glaub' ich. Okay. 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 Okay, das war ja richtig ne geile Runde, wie schon bei der zweiten Folge, da war's so am Ende. Okay, also in der nächsten Runde. Bis gleich. In der nächsten Runde angekommen, spielen wir jetzt auf der Map Bank. Ich denk' die Bank, wo ist denn hier mein Geld? Kannst du mir das mal eben sagen? Wo ist hier mein Geld? Kack. Die Bank hat mich verarscht. Guck' mal, Greets ist in der Runde. Oh, Sch. Freets. Ach so, Greets auch. Scheiße, der ist Platz 1. Ja. Na gut, guck mal, wie viele Diamonds sind. Ja. Und so zwei Emeralds. Und ich hab' ich kann mich noch dran erinnern, wo ich so gesagt hab', es haben viel mehr Leute Emeralds als damit. Gerade kann ich mich noch richtig geil erinnern. Detekt nicht. Okay. Dann komm' mal schön zum Test da. Dann kann ich ja sehen, ob du richtig... Okay. Wie schießt du... Ich bin da... Spaß. Ernsthaft? Nein. Ich hab' so viel, ich hab' so anger... Ja? Ja? Loll, Indokin hat mich angegriffen, und deswegen hab' ich den... Ich hab' so... Ja, okay. Ich hab' gesehen. Oh, nein. Gott. Das war's mir wert. Ich geh' mal hier aufs Dach, mal sehen. Ich hab' so... Ich seh' ja... Ich hab' den Detekt geschildt. Das ist... Nice. Oh, jetzt und... Der ist... Und... Ich käme schild grad. Richtig. Oh? Ja. Okay. Ja... Ja. Ich hab' mich angegriffen... Ist doch noch ein Trader mit mir? ich weiß ich in einem bank ich kenne es ich hab mir gekriegt ab die kürze dieses Jahr wo bist du jetzt eigentlich feige von mir ich habe auf dem dach, er hat da oben das sieht bei mir so aus als würde ich kriege keinen schaden das kriege ich lecker ich hab alles ich bohr den doch dann sehen wir uns gleich in bis gleich ok da sind wir noch mal ok das ist die liebe ich muss da weg im 10 ne ja auf jeden fall immer die beste ich bin bei der ja ich benutzt mein bisschen blöd ich hab nämlich nur noch einen bisschen blöd vielleicht willst du alter ich jetzt lieb ja das glaub ich nicht noch einrunde ist schon weiter ich hab damit hat er noch weiter ok ich bin ah die brechen hier war ich wollte sagen ich bin sogar testern ich bin sogar testern OP versteckt OP versteckt OP versteckt OP versteckt OP OP ich hab mich ausentgekühlt weil der schmerzt das kann einnötig mehr die deckenbreite mal an und alles klar die machen hier nur DER 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 Echt wer ist DER DER sag ich nicht DER 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 hier auf die Blöcke komme ne ich will zehnmal Tester oder so K K K K K K K K Es merke, denke ich. Oh, seit, du bist du. Ich bleib mich wohl. Hier war dein. Es ist ein Inno und ein Treffer. Ein Treffer. Ich stand gerade einmal hinter dem Treffer. Ich bin der Boomster. Oder? Loll, der war ziemlich gut. Komm, du bist nicht raus. Digger. Fast an meiner Nase. Okay, da bist du. Ich konnte dich an den Schlamm. Dann, äh. Jetzt sind wir auch schon in der letzten. Äh, ja, ja. TTT Minecraft, sieh doch so. Nee, ist das Q? Jep. Digga, man. Die sind oft online. Nervt so hart. Du hast einfach gern. Das ist nicht so geil. Ja, guck mal. So. Wetter ist. Nö. Fragezeichen. Kopfball. Nacht. Okay, ich suche jetzt mal. Ja. Digga. Er ist nicht. Wirst du mal bitte? Guck mal. Nacht. Oder willst du jetzt? Tod sein. Du bist. Kann auch eben. Nein, du wachst. Bist du's eben? Kann Digo ist. Nee, ja. Sorry. Okay, Leute. Das war's. Müssten das, glaub ich, gewesen. Ah. Und, äh. Ich muss was, äh, sagen. Hab ich einfach vergessen. Wir werden eine kleine Kanal. Werden wir jetzt, äh. Hauptsächlich. Äh, Minecraft bringen. Aber. Eine andere Spielmodikon. Na, dann halt alles. Die. Können die mal. Äh, was wir da. Aber wir haben auch. Wollen wir noch nicht verraten. Ne? Okay, und dann würd ich sagen, wenn. Ein Like da oder ein Disso. Was verbessern sollen. Wenn ihr, äh. Beschreiben wollt, dann, äh, könnt ihr so gerne in die Kommentare. Und, äh, ja, wenn ihr nicht. Dann könnt ihr einfach abonnieren. Und. Bis zum nächsten. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.